So, ich musste jetzt erstmal gucken, wo wir überhaupt das letzte Mal waren. Wir haben ja das letzte Mal, glaube ich, die Nachricht von Imelda da abgehört. Wollen wir mal klingeln. Weil wir hatten, glaube ich, hier das letzte Mal noch gar nichts gemacht. Zeichen. Jemand hat den Draht gekappt. Okay. Und die Tür. Ist auch nicht auf. Abgeschossen. Durch so eine Tür komme ich nicht durch. Gut, das Ding hier. Kann man hier dran dehnen und als Leiter benutzen. Sitzt bombenfest. Möglicherweise, um Kritiker daran zu hindern, etwas mitgehen zu lassen. Wer sollte sowas sonst tun? Ja, wir können das hier ganz leicht abmachen. Ich löse den ersten Draht. Und dann können wir das Ding dran kippen, würde ich sagen. Ich löse den zweiten Draht. Selbst als beide Drähte entfernt sind, bleibt die Statue stehen. Aber jetzt kann ich es entgegen drücken. Sehr schön. Wenn ich das Ding auseinander nehmen kann, kann ich alles auseinander nehmen. So, dann ab nach oben. Die Plastikfolie ist dick und stark. Mit bloßen Händen kann ich die nicht zerreißen. Haben wir irgendwas in der Tasche? Äh, nein. Äh. Äh, nein. Patronenhülse? Ja. Patronenhülse können wir verwenden. Und jetzt kriegen wir auch die Tür auf. So wie der Malta damals. Hier drin können wir gar nichts machen. Wir können nur hier rausgehen. Können wir hier rüber. Ist hier drüben was? Hier ist nichts heiß. Wir müssen da drüben in den einen Raum gehen. Da rein. Ja, da rein. Und sie ist tot. Nee, sie lebt noch. Nico? Keine Bange. Das kommt schon in Ordnung. Du weißt, dass das nicht stimmt. Es war Merlin, nicht wahr? Gekleidet wie ein Edelmann. Wie absurd. Du bist gekommen, um mich zu warnen, nicht wahr? Ich muss verrückt sein. Lass dich ansehen, Nicole. Die ganze Zeit haben sie mich nur benutzt. Er ist die wahre, Imelda. Du bist ein außergewöhnliches Mädchen. Thierry wäre stolz auf dich. Sie kannten meinen Vater doch gar nicht. Du bist wie er. Vor allem die Augen. Ich wünschte, wir hätten ihr Zeit, um einander kennen zu lernen. Sie ist tot. Sie hat mich belogen, betrogen und benutzt. Aber warum? Ja. Keine Ahnung. Vor allem ist sie auf einmal vom Sie aufs Du umgesprungen. Okay. Ich nehme den Schlüssel. Ich muss gehen. Ich weiß, dass ich nie wiederkommen werde. Ein kleiner Schlüssel. Ähm. Ich bin jetzt am überlegen. Ein kleiner Schlüssel. Ja, dadurch, dass es jetzt schon ein bisschen her ist. Wir haben keine neuen Nachrichten. Okay. Auf dem Foto ist mein Vater zu sehen. Das erste Bild, das ich... Das Foto ist... Ähm. Hier war doch diese komische Schatulle mit dem... Elefanten drauf drin. Und da hat sie ja nie einen Schlüssel für besetzt, hat sie gesagt. Im schwachen Licht sehe ich etwas metallisch aufblitzen. Jemand hat eine kleine, bösartig aussehende Metallscheibe unter die Schatulle meines Vaters geschoben. Es ist eine Wanze. Oh, chère Cousine. Du hast mir also wirklich ein kleines Geschenk dagelassen. Wäre doch nicht nötig gewesen. Okay. Na, wo macht's? Hä? Mülleimer. Toll. Ich hätte es ins Wasser gelegt oder so. So, hier ist diese Schatulle. Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Graschans Kästchen. Gut, wollen wir mal den Schlüssel hier probieren? Ich nehme den Schlüssel raus. Ich kann es kaum glauben. Imeldas Schlüssel öffnet die Schatulle meines Vaters. Ich fürchte mich vor dem, was ich darin finden werde. Ein Foto von Imelda. Aber warum hier? In der Schatulle meines Vaters? Ich habe das Gefühl, als ob mich ein schwarzes Loch verschluckt. Imelda und Karchan. Grinsend. Während hinter ihnen ein Dorf dem Erdboden gleichgemacht und die Bevölkerung abgeschlachtet wird. Und da, gleich neben ihnen, schaut mich wie durch eine Zeitmaschine mein eigener Vater an. Ein Brief? Ich fürchte, jetzt kommt der schlimmste Teil. Hotel St. George, Algier, Freitag. Mein geliebter Thierry, wenn du das liest, bist du schon längst in Sicherheit, weit weg von Afrika. Keine Angst? Pierre und die Organisation haben keine Ahnung, für wen du wirklich arbeitest. Und auch nicht von uns beiden. Hast du gedacht, ich würde dich verraten? Das könnte ich gar nicht. Du wolltest, dass ich ihn verlasse, aber ich war nicht so mutig wie du. Ich weiß zu viel über das, was hier passiert ist. Sie würden mich finden und uns beide töten. Genieße dein Leben in Paris, Thierry. Dein Leben voller Ehre und patriotischer Pflicht. Verleiht man Spionen eigentlich auch Orden? Wohl kaum. Du bekommst höchstens einen Tarnjob in irgendeiner Botschaft. Dieses Leben könnte ich nie mit dir teilen. Stell dir mich mal als Diplomaten-Gattin vor. Darum muss ich hierbleiben bei Pierre. Wir beide sind zusammengeschweißt durch das, was wir diesem Land angetan haben. Au revoir, mein Geliebter. Du wirst für alle Zeiten in meinem Herzen sein. Imelda. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Mein Vater hatte verdeckt für die Regierung gearbeitet. Er war also doch einer von den Guten. Er und Imelda müssen sich ineinander verliebt haben. Sie fand heraus, was er wirklich war. Also musste er fort. Es hat ihr das Herz gebrochen. Aber sie hat es nie jemandem erzählt. Ich könnte das auch nicht. Was immer er auch getan hat. Er hatte gute Gründe, es geheim zu halten. Ich habe mich entschlossen, das zu respektieren. Und niemandem etwas zu erzählen. Und nun? Hinsetzen und nachdenken. Okay. Am nächsten Morgen. Das ist George. Ich weiß es einfach. Einen Moment lang bin ich versucht, so zu tun, als sei ich nicht da. Oder ihn zu bitten, zu gehen und später wieder zu kommen. Aber dann... Herein. Hallo George. Wo bist du denn letzte Nacht gewesen? Bei McDevitts. Ich habe mit Doyle und einigen anderen Burschen etwas getrunken. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Nicht viel. Ich musste das Zimmer mit einem anderen Burschen teilen. Hat er geschnarcht? Kaum. Er war tot. Und du sagst, P. Graham ist verschwunden? Ohne jede Spur. Aber mein Besuch hat sich dennoch gelohnt. P. Grahams Edelstein. Der Edelstein der Templer. Wer auch immer Jacques Marquet ist, auf ihn wartet eine Enttäuschung. Jacques Marquet? Er hätte den Edelstein von Fitzgerald abholen sollen. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Mofosson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Wollen wir uns das jetzt nochmal angucken? Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. So, also das ist der Edelstein, den wir jetzt haben. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Und das Dreibein ist im Museum. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Eine Frau sieht in den Spiegel, aber das zeigt drei Schoen. Schau mal. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Mofosson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Hm. Schau mal, Nico. Eine Handvoll Gips. Ja. Warum werden Männer eigentlich nie erwachsen? Das weiß ich auch nicht. Was ist dein Problem, Schwester? Deine Taschen. Vollgestopft mit nutzlosem Schrott. Wie die eines kleinen Jungen. Man weiß nur, wann man diesen nutzlosen Schrott einmal gebrauchen kann. Mit der Patronenhülse. Möchtest du das Foto wieder zurück? Nein, das kannst du behalten. Ich kann mir immer noch einen Abzug machen. So, das hat man schon, das hat man schon. Das geht nicht, das, das, das. Hat man... Hat man das schon? Auf... Ähm... 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 Möchtest du den Edel... Nein, George. Die Versuchung wäre zu groß, ihn zu verkaufen. Okay, heißt, wir können bei ihr nichts mehr machen. Ich kann nicht den ganzen Tag herum sitzen, so gern ich das wollte. Okay. Vergiss nicht, nach Lobinot im Museum von Kroon zu fragen. Und warum schaust du nicht mal bei Rousseau vorbei, ob er was gehört hat? Okay. Kann ich sonst noch was für dich tun, wenn ich schon mal unterwegs bin? Einkaufen? Einen Trip in den Waschsalon? Pass auf dich auf. Ähm... Rousseau war der Polizist, oder? Ich möchte so gern mit George über alles reden, was passiert war. Aber ich weiß, dass ich das nicht kann. Die Verbindung meines Vaters zu Afrika muss für alle Zeit ein Geheimnis bleiben. Nur die Regierung weiß, wie mutig er war. Und ich weiß es auch. Es zu enthüllen würde nur seinem Andenken schaden. Die Leute würden die Geschichte einfach verdrehen. Ganz schnell stünde er als der Bösewicht da und Karchant als Held. Ich weiß, wie man sowas macht. Ich bin schließlich Journalistin. So, also, wir könnten jetzt hier zum Kaffee, will ich nicht. Grü, Jari, war mal eben, da ist die Polizeistation und das Museum. Also entweder Museum oder... Komm, gehen wir erst zur Polizeistation. Der ist auch gar nicht mehr da, Rousseau. Jean-Jean Moet? Ja. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Marquet gehört? Ja. Früher war er bekannt als der Maulwurf von Montmartre. Ich habe gehört, man hat ihn ins Hospital geschaffen. Wahrscheinlich war das einer seiner Rivalen. In welches Hospital hat man Marquet eingeliefert? In die Ackenmeyer-Klinik in der Avenue de Sarisson. Warum hatte Marquet den Spitznamen Maulwurf von Montmartre? Wahrscheinlich, weil er in Montmartre wohnte, vermute ich. Ja klar, aber warum Maulwurf? Keine Ahnung. Weil er seine Nachbarn den Rasen ruiniert hat? Hm. Ich möchte einen Überfall melden. Ja, Monsieur? Wo ist das Opfer? Ich selbst bin das Opfer. Ich wurde von ein paar Ganoven überfallen. Ah, ich verstehe. Und wo fand dieser angebliche Überfall statt? Vor dem Hotel Ubu. Angeblich. Sie haben mir aufgelauert, als ich das Hotel verließ und meine gesamten Taschen durchstöbert. Können Sie die Täter beschreiben, Monsieur? Der eine sah aus wie ein Gorilla, der andere wie ein Wiesel. Sie heißen Flap und Guido. Bon. Diesmal schnappe ich sie mir. Okay. Habe ich Ihnen schon dieses Foto gezeigt, Sergent? Jawohl, Monsieur. Sind Sie ganz sicher, dass Sie diese falsche Nase hier nicht wollen? Strapazieren Sie meine Geduld nicht zu sehr, Monsieur. Ist ja gut. Erkennen Sie dieses schmutzige Stück Gewebe? Ich habe Nein gesagt, Monsieur. Ich weiß nicht mehr, was wir Ihnen alles gefragt haben. Möchten Sie mir die Hand schütteln, Sergent? Nicht während ich noch im Dienst bin, Monsieur. Eine solche Gäste könnte man leicht missdeuten. Habe ich Ihnen schon mein Werkzeug gezeigt, Sergent? Mais oui, Monsieur. Bedauerlicherweise schon. Sagen Ihnen diese Streichhölzer etwas, Sergent? Das ist ein schwedischer Zweireiher mit querligender Bergmannreibfläche. Also, das ist ja wirklich außergewöhnlich. Ein Vorkriegs-Anderson-Gelenk. Was? Wirklich? Ich habe noch nie einen verstärkten Anderson gesehen, der nicht in einer Privatsammlung gesteckt hätte. Sowas ist also selten, ja? In diesem Teil der Erde schon. Es gibt nur drei Orte, wo sie ehrgestellt werden. Taiwan, Manila und Slav. Das ist keine gute Idee. Okay. Vielleicht doch nicht. Gut, dann sind wir hier auch fertig. Bleibt nur die Frage, wir haben jetzt hier was Neues dazu gekriegt. Hospital. Wir gehen morgen, oder viel mehr, wir gehen jetzt erstmal zum Museum und wir machen dann in der nächsten Folge weiter. nicht zuQué Easter. Beatles. bis zum Beispiel da configs. Untertitelung des ZDF, 2020